Das war definitiv mein Lieblingstag unserer Namibia-Reise. Wir sind richtig früh losgefallen, weil wir eine Safari-Tour gemacht haben. Und wir haben einfach so viele Tiere in freier Wildnis gesehen. Mein Highlight war definitiv, als wir eine Elefantenfamilie gesehen haben mit Baby-Elefanten. Giraffen, Löwen und Nashörner haben wir auch gesehen. Das war definitiv eine der coolsten Erfahrungen. Und jetzt markiere jemanden, mit dem du eine Safari-Tour machen möchtest.